Hey Freunde, die neuen Gewichte sind drin in der Jet Force und ja wir fahren die jetzt einfach mal, also wir fahren jetzt einfach mal eine Runde, um zu gucken, wie die so sind. Na gut, ich fahre jetzt erstmal vorne zur Ape und dann hole ich, und dann hole ich mein Portemonnaie raus. Genau, und dann gehen wir kurz tanken. So, der Roller ist halbwegs warm gefahren und jetzt schauen wir mal, was der Topspeed macht mit den neuen Gewichten. Ich hoffe, dass er jetzt nicht so früh hochdreht, wie sonst halt. Also erstmal, sonst dreht er, also die neuen 4 Gramm sind jetzt drin. Und sonst dreht er halt bis 70, der fährt bis 70 ganz normal, aber dann dreht er halt zu hoch von der Drehzahl her. Ja, und jetzt sind neue Gewichte drin, Digga, ich gebe Vollgas, aber der kommt nichts mehr. Das check ich jetzt nicht. Vielleicht, weil, vielleicht muss ich noch ein bisschen weiter warm fahren. Also jetzt ist es auf jeden Fall bei 70, es hat sich nicht geändert. Es hat sich nichts geändert mit der, ähm, mit der Drehzahl, dass sie irgendwie früher oder später kommt. Das muss an was anderes liegen. Äh, ich könnte schwerere Gewichte reinmachen, aber jetzt ist das Problem halt, dass ich bei den schwereren Gewichten, alter doch, der dreht schon echt hoch. Bei den, wenn ich 4,5 reinmache, dann dreht er schon, bei 60 ist er schon oft viel zu hoch. Ich weiß nicht, ob ich was an der Kupplung machen muss oder, und bei 5 Gramm Gewichten, äh, dreht er zwar, fährt er zwar weit und sowas, also bis 80 durch, aber wenn ich dann vom Gas gehe und dann wieder Gas gebe, dann, dann kommt er nicht aus dem Quark, dann sind die Gewichte viel zu schwer. Und sonst war immer 4 Gramm perfekt und er ist immer, immer normal gefahren, aber jetzt ist es irgendwie scheiße. Ich weiß nicht warum. Ob das am Vergaser liegt, mit Düse und so, oder ob das, äh, achso, dazu muss ich was sagen. Ich hab morgen, äh, ich hab, äh, mir Düsen, ein Düsen-Set bestellt, von 70 bis 94. Und, äh, ein Düsen-Set bestellt und, äh, ja, das kommt jetzt morgen an, hoffe ich, also steht auf jeden Fall. Und dann mach ich da mal zwei Düsen höher oder eine Düse höher rein und dann guck ich mal, was passiert. Äh, ob da, ob das, ob sich da was ändert, aber das wird nichts zu tun haben mit dem Vergaser. Das wird was an der Kupplung sein, Dinger. Oha, chillig, ein Mofa. Oha, Tigger, nice. Das ist Backus, Junge. Geil, Mann. Sind wann hat der Führerschein, Dinger? Oder früher konnte man einfach für 1,30 tanken, da kannst du mal eben für 5, 5,5er konntest du mal eben voll tanken. Letztes Jahr und vorletztes Jahr. Aber die Benzinpreise sind so hoch gestiegen, Junge. Ja, okay, 1,57, das geht voll klar. Das geht übelklar. Sonst, äh, ist hier 1,70 und höher. Gut, fahren wir eben zur Säule 1. Und so. Gut, dann tanken wir mal voll die Kappe. Schmutz, Junge, er ist trotzdem voll teuer, aber... Lieber 1,57 als 1,70 oder teilweise auch 1,80. Das ist auch noch übertrieben. Die 1. Hallo, einmal die 1, bitte mit Karte. Karte? Ja. Dann nix mal bitte ohne Helm, ne? Beleg brauche ich nicht. Ciao. Nix mal bitte ohne Helm, Dinger. Ja, ich gehe hier seit 1, 2 Jahren tanken, oder? Immer mit Helm, noch nie mit Maske drin gewesen. Den Kollegen schon öfter gesehen, als meine Mutter. Und jetzt sagt er mir nächste Mal ohne Helm, Dinger. Und dann fahren wir jetzt mal in die Innenstadt. Gucken wir, ob wir ein paar Opis treffen. Sollte der jetzt in der nächsten Zeit irgendwann einen Kolbenfresser kriegen, dann hole ich mir einen, und da werden mich jetzt viele für haten, hole ich mir einen 70 Kubik Zylinder, aber von der Raku. Weil, wenn man sich einmal einen teuren 70 Kubik holt, für was weiß ich nicht, 200, 250 teilweise, lieber zweimal günstig, als einmal richtig teuer. So, wenn man ja gut fährt und immer ein bisschen mehr Ölgemisch macht und sowas, dann ist das ja auch alles okay. Und dann macht man die Zylinder halt nicht so schnell kaputt. Aber wenn man sich einen teuren holt und denkt, boah, jetzt kann ich schön durchballern, Dinger. Der ist teuer, der wird nicht kaputt gehen. Man hat ja immer so eine Einstellung. Weil alles, was teuer ist, ist ja gleichzeitig gut, sagt man ja. Aber ist ja nicht immer so. Deswegen werde ich mir einfach einen Raku 70 Kubik holen. Keine Ahnung, wie viel der jetzt kostet, so 80 Euro oder sowas. Und dann, ja, besser zweimal günstig, als einmal teuer. Meiner Meinung nach. Der Zylinder, den ich jetzt drin habe, der ist teuer. Das ist ein 50er Sport R-Saal. Ich glaube, der kostet 150 auf Amazon oder Scooter-Attack. Da war ich auch echt zufrieden mit. Aber wenn der jetzt kaputt geht, dann Yalla 70 Kubik Naraku. Ganz sicher. Ich esse Koks. Ich bin mal gespannt, wie viel kostet Benzin jetzt hier. Oh, 1,61, Digger. 1,62. Da bin ich aber froh, dass ich bei Esso tanken war und nicht bei Shell. Zwei Rentner. Ich fühle mich angesprochen. Oh Gott, oh Gott. Der setzt hier aber Rückkehrs, Junge. Das hätte aber knallen können, Junge. Das war eng. Hier ist ein Friedhof. Ja, also hier lande ich, wenn ich so weiterfahre. Oh nein, ein Opi auf seinem Rollator. Der darf sich nicht erschrecken. Hallo Opi. Oh, by the way, ich habe ein neues Sticker. Mein Insta. Vielen Dank fürs Zuschauen. Dann sehen wir uns morgen wieder in einem neuen Video. Ich mache jetzt Daily Vlogs und ich content ballern. Tschüss.